Hallo Leute, willkommen zurück zu Happy Wheels. Wir fangen mit dem Level von Lolo Polo an. Gem Let's Play Mode, oder Mode, wie auch immer meinen wohl, aufwendigstes Level bis jetzt. Man kann den Text und die Schwierigkeit einstellen. Okay, nehmen wir den Rollstuhlmann und schauen uns das Ganze mal an. Hard Mode, Medium Mode, ah, okay, achso, normal, oder dann nehme ich mal das hier, Moment. Wenn man schon mal irgendwie was anderes wählen kann, dann ruhig das. Oh, hey Gem Let's Play, dies ist mein weiß-nicht-wievieltes-Level, XD, bewerte unfair, muhahaha, Jetfall, ja, das, das, das mache ich gerne, oh Gott, nicht mit dem Kopf voran. Also bei dem hier ist das echt extrem schwer, finde ich, weil man den einfach nicht in der Mitte halten kann. Gott, ganz, ganz langsam, nein, oh, cool, cooler Trick zum Abdämpfen. Glas zerstören, bin dabei, bin dabei, ah, da, verdammt, nein, hä, what the fuck? Okay, ich habe das Level jetzt gerade eben nochmal neu gestartet, musste die Aufnahme leider Gottes, oh, nein, leider Gottes stoppen, weil ich einen kleinen Niesanfall hatte. Äh, Schwierigkeit, ja, komm, dann, okay. Verstehe zwar gerade nicht genau, was das bedeuten soll, aber ihr könnt es mir ja vielleicht in den Kommentaren erklären. Oh, nein, super, meine Beine fehlen, aber das ist, glaube ich, mein geringstes Problem als Rollstuhlfahrer. Easy Mode, normal. Oh, na, oh, aber ich glaube, ja, klar, ich glaube, ich sollte doch lieber den, äh, Gem Let's Play Modus nehmen. Ich denke mal, das ist dann sowas von wegen Gem Let's Play, dann spricht der eben mich an und bei den anderen spricht er eben jeden anderen an, falls man das jetzt verstanden haben sollte. Also, das Gem Let's Play Ding ist eben nur an mich gerichtet. Äh, scheiße. Okay. Ja, perfekt. Mal ein bisschen drehen. Jo, sollte das laufen. Gott. Nein. Oh, mein Bein. Ich glaube, dass der Charakter nicht unbedingt hierfür gedacht ist. Geht mir gerade ziemlich auf den Sack jetzt. Geh doch da. Ach, komm. Oh, verdammt. Jetzt geh da durch, du Krüppel. Ja, klar, spieß dich auf, komm. Oh, 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 oh. Nein, nein. Oh, verdammt. Drehen, 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 drehen und... Ich lebe noch, obwohl ich das gerade in meinem Kopf drin hatte. Hä? Okay. Ui! Oh, oh. Och, nein. Ich noch ein Glasplitter im Kopf. Aber ich lebe immer noch. Ein Wunder. Was? Zerstöre? Och, nö. Wow. Ja, scheint aber zu gehen. Ich knack das auf. Jetzt hab ich schon wieder was im Kopf. Schaff es. Nein, 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 nein. Boah. Alter, war das knapp. Nein, 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 nein. Boah, anstatt ich mir das vorher mal anguck und wenigstens ein bisschen aufpasse. Oh, verdammt. Ja. Butter Run. Ja, wie soll ich dat denn machen? Ah. No More Shapes. Ja, ein ganz nettes Level. Fand ich jetzt auf jeden Fall nicht so schlecht. Hätte wahrscheinlich vier Sterne bekommen. Äh, dann Gemnets Play Crazy von Abraham Dave. Viel Spaß beim Zocken. Hallo, Gemnets Play und die anderen. Das ist mein, äh, oh, Standardsatz. Das riecht mich jetzt schon ein bisschen auf. Was ist denn hier? Für einen Ups. Geh ich da lang. Wow. Hä? Überspring ich jetzt alles? Na, oh. Das war aber gemein. Ja, doch, es geht. Das Glas ist hier nicht so stark. Aber trotzdem, der Gang ist total eng und... Keine Ahnung. Bisschen doof. Komm. Ja. Perfekt. Und... Na, komm, mit ein bisschen mehr Wucht. Bisschen mehr Wucht. Oh, scheiße. Komm. Ah, anstatt du da mal drüber fliegst, Mann. So wie du sonst machst. Wow, 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 wow. Okay. Das wird jetzt einfach sein. Ja, wie ich mir schon dachte. Ja, klar, ja, klar, klar. Ah, dann ist da so schon das Ende. Okay. Heißt also, ich fahre hier gerade aus. Und bin dann schon hier. Genau. Oh. Okay, nächstes Level. Gut. Dann vielleicht mein Level, was gerade nicht allzu gut bewertet wurde. Nur um zu gucken, warum es schlecht bewertet wurde. 5 Votes, 1,2. Okay. Okay. Dann, äh, Murmeltiers, Jumlet's Plays, ne, Jumlet's Play, Bofa. Bofa gleich Bottle Fall. Okay. Gut. Oh. Das war das. Okay. Kein Wunder. Kein Wunder. Äh, gut, dann gehen wir mal wieder zu den besseren Leveln. Hoffe ich zumindest. Von Edelstahl. Jumlet's Play, move. Don't move, viel Spaß. Okay. Zurück lehnen und zugucken. Hui. Ja. Guck mal. Voll knapp. Oh. Bam. Sieht interessant aus. Mit einem Spagat in die Kanone rein. Auch sehr nett. Das Ende. Oh, mein Arm. It's a trap. Er hat mich verarscht. Oh nein. Nein. Was? Boring? Ja, steht da echt. Okay. Das Ende ist nah. Oder auch nicht. It's a trap. Ha. Wie oft wird man denn hier reingelegt? Ach nein. Meine Beine. Jetzt bin ich wieder da, wo ich am Anfang war, oder wie? Nee, doch nicht. Noch alles beisammen. It's a trap. Ha, ha, ha. Ah. Okay. Ein sehr, sehr schönes Don't Move Level. Auf jeden Fall. Richtig geil gemacht mit den, äh, Clay Mini Fallen. Hätte von dir auf jeden Fall vier oder fünf Sterne bekommen. Ich denke sogar eher fünf. Weil da nur ein bisschen Witz mit drin war. Und für ein Don't Move Level ist das auf jeden Fall Pro. Was? Mr. Moore Game? Gem Let's Play? Okay, ich bezweifle, dass das der echte ist. Ich weiß es nicht. Oh. Nein, geht da jetzt rein. Alter. Okay. Okay. Kannst du da jetzt mal bitte reingehen? Hallo. Und? Ja. Was? Hallo, Manu. Bla, bla, bla. Erstes Level. Bla, bla. Ich hoffe, es gefällt dir. Einsammeln. Warte, vielleicht noch eben die letzte. Hä? Okay. Sieht ja schon mal wunderbar aus. Also ich denke mal eher ein dummer Faker. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich weiß es doch nicht. Wow. Also, ob Fake oder nicht, aber das Level war echt schlecht. Ähm. Was? Untrue GLP. Ich weiß, wo dein Haus steht. Mal was anderes. Musste eh schon auf den Sack gehen. Gem Let's Play City. Ma! Moment. Gut. Gem Let's Play City. Gem Let's Play City. Oh, 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 oh. Hä? Äh, hey. Aber noch lebig. Noch lebig. Oh. Oh, wow. Nein, 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 nein. Boah. Übel. Übel. Nein, fuck. So knapp. Und dann noch mit einem Pfeil im Gesicht. Sehr nett. Ach. Das ist ja cool. Okay, Moment. Fahr ich einfach drüber. Dann hier. Ja. Alter. Nein, nein, nein. Boah. Ganz knapp. Und. Ja, klar. Was war das denn, bitte? Einfach dran vorbei. Hui. Hui. Ja. Oh. Meine Gedärme. So. Vielleicht nochmal hochkicken lassen. Da stehe ich drauf. Komm, da muss man doch irgendwie überlegen. Ja, geht doch. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Ach, verdammt. Timmy, lebst du noch? Hui. Und eins. Und zwei. Und drei. Und. Wieder von vorne. Oh, verdammt. Nein. So ist das eigentlich optimal. Das sieht zwar ein bisschen bekloppt aus, aber. Man kann nicht so schnell erwischt werden. Ja. Genau. Genau. Außer man fährt natürlich so. Ah, das ist auch schon das Ziel, oder? Ja. Ja. War jetzt nicht unbedingt meins, aber stimmt schon. War mal was anderes. Ähm. Dann. Gentlemen, let's play ball von Game or TV. Okay. Gehen wir da rein. Oh. Nein, keine Hilfe. Ich will keine. Kenne ich das nicht schon? Ich glaube, ich kenne das schon. Hörte es dann. Achso. Okay. Ja. Ich kenne es auf jeden Fall schon. Win. Yay. Gut. Okay. Dann sind wir jetzt anscheinend wieder da angelangt, wo Level waren, die ich schon kenne. Leute, macht mal mehr Level. Macht mehr Level. Ich brauche mir zum Zocken. Dann. Dann. John, let's play rope. Von XX Matze XX. Enjoy. Ich hoffe, du schaffst es. Alles ist möglich. Solange du wild bist. This way. Nein. Das da unten sah aber auch überhaupt nicht brutal aus. Sag mal. Nein. Bin ich schon wieder in meinen Arsch. Und. Hui. Guck mal. Warum? Nein. Oh. Verdammt. Ach, komm, ey. Ja, klar. Klar. Ja. Mit sich halt. Komm. Ja. Perfekt. Nein, nein, nein. Halt dich doch. Du dumme Hure. Oh, mein Arm. Yay. Guck. Ja, wie geil. Richtig cool. Jump in and win. Okay. Okay. Nein. Nein. Ich dachte, die müsste da lang. Nein. Ah, verdammt. Nein. Halt dich doch. Na, kauf dir mal längere Arme. Stell los mit dir. Stell los mit dir. Nein. Und wieder von vorne. Warum schaffst du es nicht? Aus welchem kranken Grund? Ja. Ja. Verdammt. Nein. Ach, so knapp. Ey, das erinnert mich aber echt an solche, solche Turner, Turnkünstler, Menschen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie der Teil ist. Dieses, diese Drehung und dann der Sprung. Ja. Sehr nett. Ja, klar. Boah. Wat ein brutaler Tod. Nein. Okay, einen Versuch gebe ich dir noch. Oh. Okay. Einen richtigen Versuch gebe ich dir noch. Nee, ich muss es mindestens noch einmal bis zum zweiten schaffen. Ja. Nein. Okay. Ich hab's. Ich hab's gesagt. Jetzt muss ich die Drogen leider wahr machen, Leute. Ich würde sagen, wenn ihr mehr sehen wollt, besucht den Kanal. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.